Hallihallo Hallöchen. Oh, bei diesem Unwetter melde ich mich einfach mal wieder zurück. Wisst ihr, was ich das letzte Mal vergessen habe? Da haben wir doch das Häuschen fertig gebaut. Und ja, richtig, es steht kein Bett drin. Setsch, Leder, Wutte. Setsch, Wut, Leder, Leder, und, oh, das Bett dauert schon ein bisschen länger. Okay, dann hauen wir das wieder hier zurück. Zack, zack, kommt das Leder auch mit rein. Und wie groß ist das Bett? Ah, sehr schön, hat auch eine schnelle Reise, aber das brauchen wir jetzt nicht. Okay, wir sind Level 13. Ah, ich sehe gerade, Bogen ist hier. Waren noch zwei Level. Kann ich eigentlich schon einen Patchy Sattel machen? G-Sattel, was brauche ich dafür? Ne, dann schreibe. Okay, Moment. App. Leder und Pfeiber. Kraft. G-Satel? Ah, nicht Pfeiber, Setsch brauche ich. Mann, sag doch was. Kraft. Oh, wo ist das höchste Patchy? Hart. Guckt sich das hier. noch. G-Satel. Ich sache dir. Ja, wie. Ok, der baut aber das hier nicht ab. Oh! What the? Die Patshy sind level up, 2 level up. Damit müssen wir nicht leben. Deswegen hat der Tangenbied wahrscheinlich geschafft eine Patshy überzumachen. Einzige Kilo Maschine. Aber Ausdauer hat es keine. Cool cool. Parken wir dich wieder bei den anderen. Und dann können wir gleich wieder Holz mitnehmen. Ah! Was ist denn du für eine Mistrate? Boah, und wie schnell! Oh oh! Hat mir meine Patshy geblättet. Oh wie krass, aber wie schnell! Dung, 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 dung! Die Patshy ist tot. Alter! Ich will einen MG, eine Bazooka, keine Ahnung. Irgendwas um das Ding platz zu machen. Aber wie zielschräbig das Ding auf die Patshy losgegangen ist. ebenso, der soweit für einen 행. Im Moment. Da wirst du noch mal. Ich will dich ruhig übernehmen. Det war gerade ja. Damit wirst du mitnehmen. Ach. Immer. Dann müssen wir sie durch die Patshy. Die Tandung im Moment. Bei Dir. Meine armen Petschies. Ich dachte, die wären schon echt so OP, aber... Das sieht man mal wieder. Ein Fall von Dengste. Der Tero-Bird ist der Petschi wahrscheinlich auch, wenn der kommt. Und ab welchem Level kann man sich ziehen? 70. 50. Hätt die Ei. Oder Ei nehme ich mit. Ich wundere, das mache ich jetzt nur wegen dem Leder. Ah, Minotaurus. Oh, hier, hier, mein Lagerfeuer. Was ist denn das? Nein, Paternodon Ei. Okay, mein letzter Patchy Versuch und zwar diesmal gegen einen Skorpion. Level 66, Emperor. Na, und tschüss. Ich weiß zwar nicht, was es heißt, aber es klang gefährlich. Trübisch in Sylo. Ich steh grad hier. Wo ist mein Haus? Steht er da. Ich hatte ja gar keine Schnitte gegen die scheiß Spinne da. Wirklich nicht die kleinste, den kleinsten Hauch einer Chance. Ich stech da voll da rein mit meinem Speer und nichts passiert. Sollte ich vielleicht doch nochmal Damage erhöhen, wa? So, ich bin jetzt. Ich bin jetzt. 14. Was hab ich gebraucht? 15 glaub ich, ne? Jo, 15. Also noch ein Level. One Level left. Macht Spaß über mein Haus drüber zu latschen. Achso, falls irgendwas kommt. Oh, Raum. Ich spiele gerade mit 60 SPS, äh, zwischen 60 und 60. Mich würde schon ein bisschen interessieren, was das für eine Erde da drüben ist. Ja, auch unser Patchy, haben wir mal wieder drei Stück, machen wir mal geschwind. Magic Berry, okay. Wenn mir jetzt noch einer erklärt, für was die gut sind, dann... Okay, das kann man nicht abbauen. Magic Wood. Ah, da ist die ekelhafte Spinne schon wieder. Okay, wir gehen mit runter. Das kommt mit, Jungs. Magic Fiber. Manometer. Magic. Was ist das? Ah, Play. Ich nehme auch mal ein bisschen was mit, ne? Ja. Das kommt mit runter. Langsätzlich geht die Feder. Das kommt mit runter. Das kommt mit runter. Aber ich kann das runter den Karten. Aber ich muss noch mal ein bisschen auf den Karten. Ich ziehe meiner. Die Karten, die Karten. Die Karten, die Karten, die Karten, die Karten. Die Karten, die Karten! Das kommt gut. Da ist unser Karten. Das kommt mit runter. ... ... ... ... ... ... ... ... Ach, wäre schön, wenn ich schon einen Triceratops nehmen könnte... ... ... ... ... Augen offen halten, irgendwo lief ja glaube ich der Skorpion rum. Ah, hat ein Wiedel, nein! Von mir aus könnte ich jetzt schon Level 15 sein. Hmm 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 hmm. Okay. Gehen wir da aus dem Weg. Also wenn es so ist wie bei Agro, ich flint für Peile. Ach, ich hacke ja auch immer noch mit Holz hier rum. Ich hätte glaube ich schon den Stein umwandeln können. Oh. Hätte ich, wenn ich die Steine nicht für das Loch verbraten hätte. Okay. Gucken wir doch mal, ob hier unten nicht auch noch Stein ist. Hey, ohne Witz, ich fühle mich echt wie bei Minecraft. Oh, jetzt buddeln wir uns bis Ebene 10 und gucken doch mal wo die Diamanten sind. So ungefähr. Ja gut, ich werde als nächstes jetzt erstmal eine Steinachs machen. Ah, ist ja cool, wie bei Minecraft rutscht ich der Kies nach. Habt ihr es gesehen? Und Level 15, ich kann endlich Peile machen. Juhu. So. Dann, 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 dann. Alle anhalten. Hopp. So. Inventar. Und wir gehen auf. Auf. Ach komm, wir machen noch einmal Damage Income. So, jetzt Bogen, 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 Bogen. Schneeball, Kettle, Feeding Crew. So, die Leder-Sahen sind auch nicht schlecht. Schleife Potion. Schleife Potion. Schleife Potion. Schleife Potion. Okay. 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 Aber wir machen jetzt erstmal den Bogen. So, und der Bogen kommt auf die vier. Und wir stellen alles an Pfeilen her. Und dann stellen wir natürlich alles an Betäubungspfeilen her. Habe ich hier noch irgendwo. Ah. Kraft. 76 Betäubungspfeile. Okay. Dann, Magic Wood. Magic. Magic. Clay packen wir rein. Der Bogen. Ja. Und dann, die Leid. Das ist ein bisschen. Ich bin. Und dann, die Leid. Ich bin. Und dann, die Leid. Ich bin. Ich bin. Und dann, die Leid. Geranodon, irgendwo einer wo gut vom Level ist, ich sagte gut vom Level, Level 2, 19, nichts Teores, was denn du, 9 2, 19, 62 Oh, wie das so nah an dem Skorpion, ich glaube es ja nicht Oh, wie das so nah an dem Skorpion, ich glaube es ja nicht Oh, wie das so nah an dem Skorpion, ich glaube es ja nicht Wo habe ich den jetzt gelegt? Trüben Oh, wie das so nah an dem Skorpion? Oh, wie das so nah an dem Skorpion? Okay, während ich ein bisschen in der Hand habe, kann ich da nichts Okay, ich wollte eigentlich jetzt dann langsam die Folge beenden, aber... Müsste jetzt durch, es wird jetzt so lange dauern, bis der fertig ist 27 müssten eigentlich reichen Das ist cool Das ist cool Das ist cool Das ist cool Ich hoffe mal 30 Narcobären reichen Ab Level 20 erst nein ich kann erst ab level 20 fliegen, noch mal nur, oh, ein großer Hier liegen überall Eier rum Jetzt schieb, mach langsam Oh, kommt Leute, ihr müsst mir doch recht geben Wenn es dunkel ist, ist es echt schwer zu finden Oh, komm Braves Petit Jomi, dein Ernst, geh weg von meinem Kruxaurus Ich mach dich alle Also mein Pätschi mach dich alle Okay, er ist wieder voll narkotisiert Was die Hälfte gezähmt Ich bin froh, dass ich so ein friedlicher Typ bin Bin sowas unfriedlich Ich bin froh Ich bin froh Warum mache ich das eigentlich? Kanonenfutter. Genau. Vielen Dank. Die Hütte müsste in die Richtung sein. Heute ist es Langnacht. Ich hätte gern den Tag mal wieder gesehen. Hier sollt ihr auch nicht leben wie die Tiere. Bitteschön. 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 Hier ist hier ein Staub. Essen. So. Your animal museum has updated. Okay. Wie ist der Hüpfchen? Wie, 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 wie? Nein. Moment. Hier. Ah, ich habe ein Dankvideo geschlagen. Und dadurch bin ich ein Level Up. So, dann machen wir nochmal ein auf Damage. Dann habe ich 160 Damage. Und ich bin jetzt Level 17. Ah, noch drei Level. Und ich kann das Ding fliegen. Tschüss. Lauffliegen. Okay, dann kann ich die wieder rausnähen. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Steh jetzt auf. Steh auf. Ähm. Ich warte jetzt ganz ehrlich noch, dass irgendein Viech kommt und dumm, 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 tot. Ich habe einen Petri. Sehr schön. Jetzt kommen wir ab. Ach, der 127. Den hätte ich mir auch noch geholt. E3. Petri? Okay. I3. Wie doof seid ihr denn? Der Kies? Ich wollte eigentlich ins Haus rein. Oh, unser Pett wird ein Ei gelegt, meins. Okay Leute, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.